Ja, für 20 Watt, umgerechnet 50 Pfennig, äh, Cent mein ich, haben wir hier die, äh, Ameisen-Eier. Ja. Is for cooking, ja. Is for cooking. Ja, ja, und Cent. Und, wie du sie kochst, da ist das Gemüse dafür. Ja, ja, ja. Gut. Tup, tup. Tup, tup. Piep, piep. Piep, piep. Piep. Ihnen zuh? Augen? Kein Langebombertham